Willkommen. Vor einigen Wochen habe ich in so einem Fun-Facts-Artikel gelesen, dass die Lösung dieses Integrals hier das WLAN-Passwort für eine gewisse Universität in China gewesen sein sollte. Das handelt sich dabei um eine technische Universität für Luft- und Raumfahrt. Von daher hat auch dieses Integral einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und außerdem stand noch in diesem Artikel, dass die Studenten an dieser Uni eigentlich drei Möglichkeiten hätten, entweder dieses Integral zu lösen und dann das Passwort für WLAN zu haben oder eine monatliche Gebühr dafür zu zahlen oder gar kein WLAN zu haben. Über mögliche Lösungswege stand allerdings nichts in diesem Artikel. Es war auch keine Mathe-Fachzeitschrift oder so ähnliches. Allerdings stand das Ergebnis da und auch dieses Ergebnis, muss ich nachhinein sagen, besitzt ein gewisser Grad an mathematisch-Eleganz und Ironie. Damit will ich sagen, dass die Lösung dieses Integrals von vornherein gut durchdacht war. Um genauer zu sein, waren nur die ersten acht Ziffern im Ergebnis das Passwort. Und das wird sozusagen auch unsere Aufgabenstellung sein. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle. Um diese Aufgabe zu lösen, braucht ihr letztendlich nur Kenntnisse aus der Oberstufe. Allerdings dafür gute Kenntnisse in Sachen Integralrechnung und Eigenschaften von Funktionen. Also, legen wir los. Was wir hier haben, ist ein bestimmter Integral, also ein Integral mit Grenzen. Und wenn man innerhalb des Integrals so einen riesen Funktionsterm hat, sollte vielleicht der erste Gedanke sein, diesen Funktionsterm eventuell zu zerlegen und daraus eventuell mehrere Integrale zu machen. Das könnte die Sache vereinfachen. Und auch hier ist es möglich, diesen Term zu zerlegen. Und zwar, wir haben hier vorne eine Klammer mit einer Summe und dann multipliziert noch mit einem anderen Term hinten. Diese Klammer können wir sozusagen auflösen. Das heißt, einmal das mal das hier und einmal ein halb mal die Wurzel. Also, dann hätten wir an dieser Stelle praktisch Integral von minus 2 bis 2 x hoch 3 mal Cosinus von x halbe und mal Wurzel aus 4 minus x Quadrat und dann plus ein halb Wurzel 4 minus x Quadrat dx. Diejenigen von euch, die ein paar grundlegende Rechenregeln von Integralen noch in Erinnerung haben, ahnen wahrscheinlich schon, was ich hier machen werde. Und zwar das Ganze in zwei Integrale aufteilen. Dann hätten wir hier als erstes Integral von minus 2 bis 2 von dem linken Funktionsterm, also x hoch 3 mal Cosinus von x halbe und mal Wurzel aus 4 minus x Quadrat dx und hinten dann für diese Wurzel ein getrennte Integral, wobei ich diese Konstante ein halb auch vor dem Integral ziehen werde. Also, man kann das machen bei Integrale, das vereinfacht so ein bisschen den Blickwinkel. Also, wir haben dann ein halb mal Integral, die Grenzen bleiben selbstverständlich gleich, Integral von minus 2 von Wurzel aus 4 minus x Quadrat dx. Und was wir jetzt an dieser Stelle haben, sind zwei Integrale, die man komplett voneinander getrennt ausrechnen kann. Und genau das werden wir jetzt tun. Und hier ist das erste Integral, was wir lösen wollen. Als erstes schaut man sich diesen Funktionsterm an und um ehrlich zu sein, ist es eine mathematische Katastrophe. Wir haben ein Produkt aus drei Teilfunktionen, dieser x hoch 3, dieser Cosinus-Funktion und auch die Wurzelfunktion. Und in erster Reihe habe ich natürlich an irgendwelche Regeln aus dem Studium gedacht, wie partielle Integration oder Substitution, mit denen ich hier weiterkommen würde. Allerdings habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass keiner dieser Regel hier weiterhilft. Und deshalb muss man halt ein bisschen flexibel bleiben und anfangen, anders zu denken. Als nächstes ist mir aufgefallen, dass die Grenzen des Integrals nicht irgendwie beliebig gewählt sind, sondern dass sie symmetrisch zur Y-Achse oder zum Ursprung gewählt worden sind. Also, wir haben ein Integral von minus 2 bis 2. Wenn wir uns das Ganze an einem Schaubild vorstellen, also ich habe hier ein kleines Koordinatsystem und die Grenzen habe ich jetzt mit rot hier mit minus 2 und 2 eingetragen. Also diese Grenzen könnte man sich so symmetrisch zur Y-Achse oder zum Ursprung vorstellen. Und natürlich, wenn die Grenzen symmetrisch sind, sollte man auch an die Symmetrie-Eigenschaften von Funktionen denken. Zur Erinnerung, es gibt zwei Arten von einfacher Symmetrie bei Funktionen. Entweder ist eine Funktion achsensymmetrisch zur Y-Achse oder punktsymmetrisch zum Ursprung. Normalerweise betrachtet man immer zuerst die Y-Achsen-Symmetrie und deshalb habe ich mir dann vereinfacht so eine Y-Achsen-Symmetrische Funktion ausgedacht. Das könnte zum Beispiel so etwas Ähnliches wie X hoch 2 sein. Die ist immer achsensymmetrisch. Und wenn man für eine achsensymmetrische Funktion ein Integral ausrechnet, so wie hier in diesem Fall, berechnet man normalerweise die Fläche, die diese Funktion in diesem Bereich mit der X-Achse einschließt. Und weil die Funktion achsensymmetrisch ist, bedeutet, dass diese zwei Flächenstücke links und rechts neben der Y-Achse von Flächenhalt gleich sind. Und deshalb kann man das Integral auch ein bisschen zerlegen und sagen, dass Integral von achsensymmetrische Funktion von minus 2 bis 2 das gleiche wäre, als würde man zweimal ein Integral von 0 bis 2 rechnen. Also zweimal so eine Fläche zum Beispiel auf der rechten Seite, so wie hier dargestellt. Gut, das ist eine Symmetrie-Eigenschaft im Zusammenhang mit Integral. Wenn jetzt allerdings die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung ist, und hier auf der rechten Seite habe ich jetzt eine Funktion abgebildet, die punktsymmetrisch zum Ursprung ist, ist es noch angenehmer. Also, das wäre dann der Bereich, der vereinfacht diese Funktion berechnet. Und ihr habt ebenfalls so vom Flächenhalt zwei gleiche Flächenstücke hier links und rechts. Der Vorteil ist nur, auf der linken Seite befindet sich die Fläche unter der x-Achse, deshalb hat sie sozusagen, oder hat das Integral für diese Seite sozusagen ein negatives Ergebnis, oder Vorzeichen. Und auf der rechten Seite befindet sich die Fläche über die x-Achse, deshalb hat das Integral hier ein positives Vorzeichen. Und das bedeutet, wenn wir alles in einem ausrechnen, von minus 2 bis 2, wird das Ergebnis dieses Integrals 0 sein. Und das wäre natürlich auch für unser Integral ein idealer Fall, wenn das alles 0 wird. Und das ist auch so der Fall. Diese riesen Funktion mit Integral ist tatsächlich punktsymmetrisch. Übrigens, man kann es auch auf Anhieb erkennen, wenn man sich die einzelnen Time-Funktionen hier in diesem Funktionsterm anschaut. Also, wir haben als erstes eine x-Ach-3-Funktion, die ist immer punktsymmetrisch zum Ursprung. Die wird dann multipliziert mit einer Cosinus-Funktion. Eine Cosinus-Funktion, solange sie nicht auf der x-Achse verschoben ist, ist immer achsensymmetrisch zur y-Achse. Und das würde heißen dann, wir haben eine punktsymmetrische Funktion multipliziert mit einer achsensymmetrische Funktion. Das ergibt wieder eine punktsymmetrische Funktion. Und am Ende haben wir wieder eine achsensymmetrische Funktion durch diese Wurzelfunktion. Und punktsymmetrisch mal achsensymmetrisch ergibt wieder punktsymmetrisch. Naja, das ist, wenn man sich ein bisschen mit der Eigenschaften der Funktion auskennt, nicht sehr schwer nachzuvollziehen. Allerdings werde ich dafür jetzt auch einen kurzen Beweis hier zeigen. Also, aus der Oberstufe sollten diese zwei Symmetrieansätze noch bekannt sein. Also, mit dem ersten Ansatz, f von x ist gleich f von minus x, überprüft man immer die y-Achsen-Symmetrie. Und mit dem zweiten Ansatz die Punktsymmetrie. Und genau das werden wir jetzt auch auf die Schnelle machen, um zu zeigen, dass diese Funktion Integral tatsächlich punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Aus Zeitgründen habe ich mir gedacht, ich blende jetzt die Überprüfung dieser Symmetrie-Eigenschaft einfach ein. Also, als erstes wurde natürlich f von minus x gebildet. Das heißt, überall in diesem Funktionsterm da oben wurde das x mit einer Klammer mit minus x ersetzt und natürlich diesen Term so weit wie möglich zusammengefasst. Dann haben wir als Ergebnis für f von minus x das hier aus. Und kurze Erklärung, also bei, glaube ich, vorne, bei minus x hoch 3 kann jeder nachvollziehen, dass das Minuszeichen nach vorne kommt. Bei der Cosinus-Funktion, weil sie achsensymmetrisch ist, so wie der Ansatz es hier oben sagt, kann man das Minuszeichen auch weglassen. Und hier hinten, minus x hoch 2 ist natürlich x hoch 2. Deshalb sieht die Wurzel so wie am Anfang aus. Und wenn man jetzt noch diesen minus f von x bildet, also wir haben bereits f von minus x, jetzt brauchen wir für die Punktsymmetrie nur noch minus f von x, dann bedeutet das einfach Minuszeichen vor der ganzen Funktion zu setzen und dann merkt ihr, dass diese Eigenschaft erfüllt ist. Also hier und hier f von minus x und minus f von x sind identisch. Dadurch wäre natürlich diese Funktion Integral punktsymmetrisch und dadurch ist das Ergebnis dieses Integrals über den Intervall minus 2 bis 2 natürlich 0. Also eine Sorge weniger. Das zweite Integral sieht beim ersten Blick deutlich einfacher aus. Aber auch diese Funktion bringt Probleme mit sich und keine kleine. Um ehrlich zu sein, habe ich in erster Reihe eine Formel, eine Formelsammlung aus dem Studium gefunden, die uns hier weiterhelfen würde. Und das wäre eine Formel, eine vorgefertigte und bewiesene Formel, wo Arcusinus oder irgendwas mit Arcusinus die Stammfunktion dieser Funktion war. Diesen Weg werde ich nicht einschlagen. Ich habe auch vorher am Anfang gesagt, man kann es mit Mitteln aus der Oberstufe problemlos lösen eigentlich. Deshalb nehme ich jetzt nicht irgendeine vorgefertigte Formel, sondern wir versuchen erstmal nachzuvollziehen, was wir hier für eine Funktion haben. Naja, in erster Reihe, und das haben wir auch indirekt vorher geklärt, ist diese Funktion, also diese Wurzel aus 4 minus x², eine achsensymmetrische Funktion. Man könnte es auch hier noch überprüfen, aber das ist halt so. Und dann könnte man sich Gedanken darüber machen, wie diese Funktion aussieht. Und naja, das kriegt man auch schon raus, indem man ein paar besondere, einfache Werte in dieser Wurzelfunktion einsetzt und dann ein paar Punkte in ein Koordinatensystem darstellt. Allerdings werde ich versuchen jetzt nicht eine Kurve zu zeichnen, sondern rechne ich zu zeigen, was das für eine besondere Funktion ist. Und deshalb schreibe ich sie auch raus hier als Funktion auf der rechten Seite. Also statt f und x schreibe ich jetzt einfach mal y. y ist gleich Wurzel aus 4 minus x². Dann könnten wir bei dieser Funktion zum Beispiel die Wurzel eliminieren, wenn wir beide Seiten quadrieren. Dann hätten wir y². Das ist das gleiche wie 4 minus x². Und wenn ich jetzt das x² mit plus x² auf der anderen Seite bringe, dann kriegt man eine sehr besondere Gleichung. x² plus y² ist das gleiche wie 4. Also, für diejenigen von euch, die das in der Oberstufe schon hatten, das, was ihr hier seht, ist eine Kreisgleichung. Um dem Ursprung, also dem Mittelpunkt dieses Kreises, wäre dann 0'0. Nur mal so zur Erinnerung, verallgemeinert sieht die Kreisgleichung so aus. Also, x² plus y² ist gleich r². Das bedeutet für uns, diese 4, die hier hinten steht, ist eigentlich r², der Radius des Kreises hoch 2. Also, 2². Also, wir hätten dann praktisch ein Kreis um den Ursprung mit dem Radius 2. Also, wenn ich jetzt diesen Kreis in ein Koordinatsystem darstellen würde, dann würde er ungefähr so aussehen. Also, ein Kreis um den Ursprung mit dem Radius 2. Allerdings, so wie hier schon von mir angedeutet durch die Skizze, muss man aufpassen, man hat ja keinen ganzen Kreis. Eine kurze Erklärung dazu. Schön und gut, ich wollte ja auf die Formel kommen, aber wenn ich diesen Ausdruck hier wieder rausnehme zur Seite, also y² ist gleich 4 minus x hoch 2 und da, um auf die Funktion zu kommen, die Wurzel ziehen, in die Richtung muss man aufpassen. y wäre dann praktisch plus minus Wurzel aus 4 minus x². Und genau diese zwei Funktionen bilden sozusagen diesen Kreis. Also, es ist nicht nur eine Funktion, sondern es sind zwei Funktionen, die dahinter stecken. Die positive Wurzel steht für die obere Hälfte vom Kreis, also für diese blaue Kurve, hier die abgebildet ist. Und die untere, die uns in diesem Fall gar nicht interessiert, also minus Wurzel aus 4 minus x², steht für die untere Hälfte des Kreises. Wir brauchen natürlich nur die obere Hälfte. Deshalb interessiert uns praktisch für unser Integral nur dieser Flächeninhalt. Gut, und das heißt, mit dieser Erkenntnis können wir jetzt auf der linken Seite weitermachen und sagen, ein Halb habe ich abgeschrieben, dann brauchen wir die Hälfte von einer Kreisfläche. Zur Erinnerung, die Fläche vom Kreis oder die Formel für die Fläche vom Kreis war Pi mal r². Und weil wir nur die Hälfte brauchen, dann können wir natürlich auch hier geteilt durch 2 machen. Jetzt zur Erinnerung, der Radius, so wie es hier schon auf der rechten Seite steht, ist natürlich 2. Also wenn wir einsetzen, dann haben wir 1 halb mal Pi mal 2 hoch 2 geteilt durch 2. Und ja, man merkt sehr einfach, oben 2 hoch 2 sind 4, unten 2 mal 2 sind 4, also ist unser Ergebnis Pi. Also, unser erster Integral war 0, zweite Pi, also Endergebnis lautet Pi. Und jetzt, für das Palford, brauchen wir einfach die ersten 8 Ziffern von Pi. Zur Erinnerung, das werden jetzt ein paar Kommastellen von Pi und die ersten 8 Ziffern werden natürlich diese hier. Ja, eine ziemlich interessante Aufgabe, gar kein Zweifel. Und auch das Ergebnis, wie bereits am Anfang gesagt, finde ich mathematisch gesehen schön und interessant. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Ähnliche Aufgaben findet ihr gleich auch am Ende dieses Videos in einer Playlist. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nix. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.